Vielleicht möchte er nur umarmt werden? Warum lassen wir ihn nicht raus? Ja sicher, dass er mich umarmt und mir dann die Eingeweide aus der Nase rausziehen kann. Vergiss es. Ich habe ihn von Penumbra-Schwag verpasst. Hier dran und ich töte. Und wie Sie sehen, unser Herrgevatter Nacktfrau, der lebt noch. Also ich habe es wirklich jetzt ein paar Minuten probiert und es hat nichts funktioniert. Wahrscheinlich ist es wohl mehr ein Bug, dass man den töten kann. Okay, dann würde ich mal sagen, ich weiß gar nicht, wollange ich soll. Also chill. Schüssig aufs Kuhmann, Freund. Oh, shit. Wo muss ich lang? Ich glaube, hier muss ich lang. Hier ist, glaube ich, eine Tür, wo ich durchgehen kann. Aber hier, ich habe das für alle Fälle notiert. Hier ist giftiges Gas. Da ranne ich mich da einfach so durch. Okay. Okay, mein lieber Herr Gesangsverein. Wo muss ich hier lang? Ich glaube, hier geht es zu einem Labor. Hier in der Richtung. Ich glaube schon. Die Tür öffnet sich nicht und es scheint kein Schloss zu geben. Die Tür regt die Bezeichnung ID 3061, obwohl ich irgendwas verwenden könnte. Hm. Welche Tür muss ich nehmen? Die hier? Sie sind weder abgespürt oder verkeilt. Jetzt muss ich... Gut, jetzt habe ich den Infizierten so richtig, richtig, richtig wütend gemacht. Das ist jetzt mein Problem. Ah, hier bin ich. Hier muss ich rein, oder? Ich wusste doch, irgendwo werde ich die Tür finden. Gut. Der ist so richtig, richtig, richtig angepisst. Zum Glück bin ich jetzt in einem anderen Raum, der kann mir nicht folgen. Ah ja, hier stimmt. Dafür brauchte ich ja die Säge. Stimmt, ich erinnere mich. Denn da werden wir eine Mitarbeiter finden. Und der will eine Säge. Ihr werdet sehen, warum. Hm. Server-Installation. Schnell-Start-Anleitung. Oh, das wird mir definitiv helfen, das auf Englisch zu verstehen. Das war schwierig. Der häufigste Grund für Forst während der Installation ist der Einsatz falsch formatierter Leiterplatten. Bitte prüfen Sie vor dem Fortfahren mit Standardprogrammen, ob Boot, Netzwerk und Interface-Karten korrekt funktionieren. Erforderliche Leiterplatten, Programmanzahl in Klammern, Boot 3. Das brauchen wir später. Das... Windows-Version. Aha. Das gute alte Windows. Das brauchen wir später. Später brauchen wir dies. Hallo? Hier weiß ich... Ne, war keine Speicherplatte? Kein Speicherteil? Sind alle durchgebrannt? Also weg damit. Das ist... Alles... Alles kaputt. Das können wir nicht brauchen. Da brauchen wir neue Teile. Elektroschränke. Dieser Teil des Komplexes verbraucht viel Strom. Ja, nee. Ist klar. Hm. Wo finden wir die Teile? Hm. Die müssen wir, glaube ich, da was... Müssen wir hier was machen. Okay. Puh. Schon kühl hier drin. Hey. Ich weiß. Ich weiß. Den Raum werden wir brauchen. So. Ist klar. Hm. Am liebsten würde ich ja noch mal speichern, aber es gibt es hier ja nicht. Okay. Gut. Also. Legen wir mal los. Will ich denn dies? Entschließt. Ach. Ich dachte, das ist eine Schublade. Hallo. Ich erinnere mich, weshalb Sie hier sind. Dr. Fronson hat mich informiert. Ich erinnere mich an jede Silbe unserer Konversation. Ihr Tonfall gab etwas Anlass zur Vermutung, dass sie mir nicht mehr traute. Warum wohl... Warum sollte sie mir nicht mehr trauen? Ich... Ich erinnere mich an den Tag meiner Geburt, 18. September 1964, 3,46993412 Minuten nach 9. Ich erinnere mich, wie überrascht meine Mutter war, als ich zum ersten Mal meinen Kopf hinaus in die Welt streckte. Sie brauchen einen registrierten Handflächenabdruck. Damit kann ich dienen. Sie brauchen ihn jedoch bei der Bibliothek und die ist außerhalb meiner Reichweite. Als ich von diesen hirnlosen Zombies infiziert wurde, habe ich mich von den anderen getrennt und hier eingeschlossen. Ich darf hier nicht weg. Trotzdem werden Sie eine Hand brauchen. Dagegen nicht. Kriegen Sie mir eine Säge. Ich erinnere mich an meinem ersten Tag, hier einen gesehen zu haben. Vor drei Jahren. Klimaveränderung, Verlauf der letzten eine Million Jahre, 10 Grad minus. Gehen Sie nach Osten und nehmen Sie die erste Tür rechts. Es gibt andere. Er ist wie du. Wie wir. Trotzdem gehört er nicht zu uns? Warum ist er separat und wir sind verbunden? Sind wir wirklich ein wir? Oder nur ein ich mit zwei Gesichtern? Aber... Ich bin doch kein Erfe. Ja, lieber Clarence, ich bin auch keiner von. Was heißt hier eigentlich verbunden? Eigentlich sind wir doch im Grunde separat. Weil wir können nebenaneinander existieren. Er, der würde dann so sagen völlig übernommen werden. Und ich musste da grinsen. Ich konnte mich erinnern, wie erstaunt meine Mutter war, als ich meinen Kopf zuerst raussteckte. Der so, hä? Aber so... Hallo, ich bin da, bin das Baby, muss mich lieb haben. Aber da muss man auch merken, dass der, das ist der Emin ist, oder? Der sich schon so merkwürdig verhält, weil ich denke mir auch, wer weiß so punktgenau, wenn er geboren wurde. Als Kind, als Baby. Und was er meint mit helllose Zombies. Die sind nicht unlos, die sind schon schlau. Die wissen, wie man Brecheisen und Türen bedient. Gut, also okay, ich weiß ja, was passiert. Also, du willst eine Säge, bitte, bitteschön. Gut, 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 gut. Es ist genau zwölf Tage, elf Stunden. Ich gehe schon mal in Deckung. Oh, das wird ja sogar leise. Äh, bis was... Okay. Na, was passiert? Ach, du liebes Bisschen. Das klingt nicht gut. Kumpel, alles in Ordnung. Nein, ist es nicht. Servus. Oh. Ja, sei du mal hier mal ein bisschen still. Sei du mal still, Clemens. Servus. Ich bin hier. Willst du reinkommen? Ist schön kühl hier drin. Äh. Und... Zu die Klappe. Das Ding werde ich nicht wieder rauslassen. Elabatch, Elabatch, reingelegt. Nein, nein, ich meine das wirklich. Gut gemacht. Ich muss nur über den Schnapp in dir lachen. Bitte, was wollen wir feiern? Vielleicht etwas Entspannendes, Sir, nicht? Ich glaube, ein bisschen an Tracks habe ich hier auch herumliegen sehen. Ja, ja, halt du mit die Klappe hier. Deine... Dein Sackhaus muss kann mir gestohlen bleiben. Ganz ehrlich. Halt du, gefälligst auch mal die Fresse, hä? Halt du die Fresse. Ja, dein Problem. Jetzt hast du nämlich die... Ja, du hast die Tür kaputt gemacht. Jetzt kommst du gar nicht mal raus. Elabatch. Hey. So, jetzt haben wir nämlich den Zugang zu dem Raum, wo wir die ganzen Karten haben. Und eine Speichbox und die Säge. Tja, die braucht ihr ja nicht mehr. Elabatch, Elabatch, Elabatch. Richtig, die Nacktforsche können mich mal. Sie sind immer noch in mir. Ich bin immer noch... Ich bin... Ich bin immer noch in mir. Aber... Ich will nicht mehr raus. Na gut, wenn es so kalt draußen ist, da will ich auch nicht wirklich raus. Ja, was haben wir denn da? Buch? Nein, also keine Sorge, Leute. Ich kann mir... Ich kann ruhig da den Rücken kehren. Der kommt da nicht mehr raus. Hör ich doch. Nicht, dass sich da jetzt auch was verändert hat. Okay, da haben wir eine grüne Leiterplatte. Uh. Und da wäre eine rotere Leiterplatte. Und jetzt wollen wir noch eine blaue. Nehmen wir hier. Batterien, dankeschön. Ich hoffe, dass der nicht mehr rauskommt. Ja. Nix. Nix. Äh. Nix, äh. Nix. Das ist ein bisschen was wie beim Lotto. Hat man Glück? Hat man kein Glück? Ne. Wo ist die... Wo ist die... Ich brauche noch eine... Ich brauche noch eine Interfaceplatte, glaube ich. Wo ist die? Aha. Wenn man vom Teufel spricht. Kann ich mir den Computer anschauen. Es boostet nicht und der Bildschirm zeigt nur Fehlermeldungen an. Es muss einen Weg geben, das Terminal zu reparieren. Hatte... Fehlermeldungen? Ich sehe da überhaupt nichts. Es ist schwarz. Schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Seele. Die Seele, die meine zweite Stimme hier besitzt. Äh. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Sicher, sicher. Ja. Muss auch nicht unbedingt sein. So, mein Freund. Wie geht's dir? Immer noch. Weißt du? Ich glaube, er hat sich schon wieder beruhigt. Vielleicht möchte er nur umarmt werden? Warum lassen wir ihn nicht raus? Ja, sicher. Dass er mich umarmt und mir dann die Eingeweide aus der Nase rausziehen kann. Vergiss es. Ich hab's gewusst und trotzdem habe ich mich erschreckt, weil ich dachte, der macht das dann später. Ja, ja, Clemens. Immer hier einen blöden Spruch auf den Lippen. Ja, ja. Da haben wir beide was gemeinsam. Wahrscheinlich korrekt zu funktionieren. Ich glaube, er müsste modifiziert werden. Moment. Moment. Ach stimmt, ja. Ich muss das jetzt hier... Blööööö. Bin nicht gut in Informatik. Ich muss jetzt das Teil da reinstecken. Klick. Und jetzt muss ich... Jetzt muss ich mir die Notizen nochmal anschauen. Und gucken, wie man das... Wo ist denn das? Computerhandbuch. Moment, das war ein Netzwerk. Verwendet hochwegende... Ordnet rundlegende Konkurvationen. Das sagt also nur, was die machen. Ähm, Circuit-Setup zum Aufruf sämtlicher Programme, erforderliches Programm, Disc-Info-Setup, Ordnet-Disk-Lauf-Konfiguration, Hardware-Locator, Circuit-Installed-Kommunikations-Treiber, Firewall, Schutz vor unbefugten Zugriffen, Anti-Virus. Schön, dass man da jetzt wirklich sieht, was das alles macht. Auf allgemeinen Wunsch hin, er fördert der Server ungeschränkt nach der neuesten Windows-Version. Dann machen wir einfach mal alles. Sollte funktionieren, es muss ja das neueste Update haben. Alles muss auf dem neuesten Stand sein. So, kompieren. Ungültig löschen. Also ich muss die richtigen Sachen auswählen, das war's doch gewesen. Ich muss also genau zuordnen, was zu was gehört ist, was glaub ich gewesen. Alter, und stellt euch vor, das auf Englisch dann zu machen, das ist extrem schwer. Daher schaue ich mir das jetzt nochmal gut an und schreibe mir mal was auf. Ich brauche einen Zettel. Moment, äh, ich hab doch hier in der Schublade meine kleinen Notizzettel. So, dann könnt ihr sogar noch was für den Alltag lernen. Äh, mal sehen. Boot, äh, 3, 5, 3, 5, 4? Hä, was? Okay, schreibe ich mir das mal auf, konnte sicherlich wichtig sein. Boot ist 3. Netzwerk ist 5. Interface, 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 die interface, die interne Phase. Okay. Äh, nein, das wollte ich nicht. Gut, ähm, also wir brauchen diesen Circuit, Circuit Setup. Wir brauchen das Disk Infos Setup. Äh, Setup, okay. Du, du, du. Setup, also so. Halt du die Kabel da hinten, ich muss dir nachdenken. Hardware Locator. Der Locator. Wo ist denn das, Schnuggele? Äh, da ist es. Socket Protokoll. 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 Protokollieren Sie das? Bitte haltet aufschreiben, Mr. Forswonsen. Firewall. Das stand aber jetzt nicht da. Ich glaube, das muss genau in der Reihenfolge sein. Genau das war's gewesen. Ich muss das in der Reihenfolge reinmachen. Ansonsten sagt es viele Meldungen. Nein, nein, das passt so nicht. Das muss. Das muss. Nach deutschem Malze richtig eingestellt sein. Net Locator. Find Streamer. Und Admin Tools. Okay, gut. Es kommt wohl auf die Reihenfolge dann. Auf die Reihenfolge, auf die Reihenfolge. Okay. Gut, also. Circuit Setup. Transfer. Disk Setup. Hardware Locator. Sockenprotokoll. Das Sockenprotokoll. Ich hab die Socke gefunden. Sie war noch in der Waschtrommel gewesen. Firewall. MCMD Interface. Net Locator. File Streamer. Kompilieren. Ungültig. Was war jetzt das Problem gewesen? Das war es nicht. Was doch... Alter, alter Falter. Ich komme da jetzt selber drauf. Was war noch... Ich kann mich wirklich nicht von damals erinnern. Was war die Lösung gewesen? Okay, tun wir das erstmal raus. Kann ich nicht raus tun. Die Leiterplatte konfigurieren. Wie mache ich das bitte? Was muss ich machen? Steht das irgendwo? Hm, leider nicht. Habe ich hier noch einen Zettel oder so? Oder haben wir hier vielleicht das schöne Art-Trux, von dem der Kleid uns gesprochen hat? Uh, Batterien. Dankeschön. Vielleicht hier auf der Seite noch was in den Schubladen. Nope, nichts zu wenden. Mach es dir bequem, das ist dein neues Zuhause-Kumpel. Okay, ich schaue mir das nochmal an. Mal sehen. Ach, wahrscheinlich muss ich genau schauen... Ja, ich muss das zuordnen. Mal sehen. Das ist die Interface. Das blaue war Interface, oder? Oder war das Netzwerk? Da muss ich selber nochmal schauen. Was hatte ich denn? Ähm... Grüne Leiterplatte. Was war denn was gewesen? Das rote war Boot. Das rote war Boot. Interface war grün. Das Netzwerk war blau. Jetzt habe ich das blau. Ich brauche also das, was im Netz... Was fürs Netzwerk notwendig ist. Wir sollen hier da zurechtkommen. Meine Füße. Mal sehen. Netzwerk verwendet. Hochentwickelte Kommunikationstreiber zur Zugriffskontrolle auf lokale Intranets- und Hub- und Hub-Netzwerke. Verfügt über neueste Sicherheitsprotokolle. Also wahrscheinlich das Socket-Protokoll, oder? Mal sehen, wie viele Teile habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es würde also passen. Drei, drei. Ach, nee. Deswegen das wahrscheinlich das Fünf. Da gehören fünf Sachen rein. Hm. Alter, das wird hier den ganzen Partner in Anspruch nehmen. Ich sag's euch. Äh, für die Kommunikation. Kommunikation, sag ich mal. Äh, Hub-Netzwerke, das werden benötigt. Und Sicherheitsprotokoll ist Sicherheit. Also, ich glaube, das war so gewesen, ich muss die richtigen Sachen reinziehen, die wirklich nur auf die Teile gehören. Also. Ähm, Netzwerke. Netzlocator, das sieht doch schon mal gut aus. Sicherheit. Circuit-Protokoll. Firewall? Antivirus. Ne, doch nicht ganz. Communication. Interface, das gehört sicher ins Interface. Aber das ist das Interface. Admin-Tools oder was? Das ist wirklich, ich glaube, oder Moment. Ne, das ist von den, von der Anzahl her wird das keinen Sinn machen. 3, 5 und 4, das ist ja mehr als 9. Also, es müssen, denke ich, wirklich drei Sachen sein. Also, Soccer-Protokoll gehört, denke ich, schon mal rein. Hm? Kommunikation. Ähm. Also, Schutzsachen. Firewall und Antivirus, oder? Kommunikation fehlgeschlagen. Meine Fresse. Ich kann es jetzt nicht mal rausführen und was anderes reinnehmen, weil ich... Saga-Protokoll, Antivirus, ja, 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 ja. Admin-Tools vielleicht? Wobei, ich kann ja nachschauen, was was macht. Oder? Der steht doch, glaube ich, auch auf dem Zettel. Daher gut, dass das auf Englisch... Ich meine, auf Deutsch ist. Also. Circus-Setup zum Aufräumen sämtlicher Programme. Ordnet Disc-Laufwehr-Konfigurationsdaten zu. Hardware-Logator ordnet Hardware-Konfigurationsdaten zu. Installiert... Aha. Installiert Kommunikationstreiber. Soccer-Protokoll, das ist also schon mal... Das gehört schon mal dazu, okay. Das gehört dazu, okay. Firewall. Bietet Schutz von... Bietet den Schutz, also... Das gehört da auch rein. Installiert Infraface für Serverzugriff. Ach, das könnte es vielleicht doch sein. Ähm... Netlocate installiert erfreuliche Routinen für Intranetzugriff. Das könnte es auch sein. Tututututut. Erforderliche Tools. Treiber für Dateizugriff. Das könnten die Sachen sein. Netzwerksicherheit-Kommunikation. Schauen wir mal, ob das was bringt. Hallo. Die Soccer-Protokoll. Die Firewall. Das Interface. Der Netlocator, oder? Ach, leck mich doch. Und Antivirus-Schutz. Leck mich doch. Was willst du denn von mir? Ich hab doch geschaut, was da alles... Was da alles benötigt wird. Oder brauch ich das... Damit... ...reicht aber auch noch nicht. Das Interface für den Zugriff... ...glaubt leider auch nicht. Netlocator. Hatten wir ja. Dann lasse ich das mal. Und? Auch nicht. Antivirus. Oder wenn es wirklich nur drei Sachen sind. Wenn es gleichermaßen aufgeteilt werden muss. Aber das glaube ich auch nicht, dass es das war. Alter, jetzt hab ich die Übersetzung nicht. Ich versteh's immer noch nicht. Ich schau's mir nochmal genauer an. Abboot, Netzwerk und Interface-Karten korrekt funktionieren. Doch, ach, doch stimmt. Programmanzahl in Klammern. Natürlich, ich hab neun Sachen, aber es müssen halt so und so viele Sachen auf jeden Fall drin sein. Okay. Netzwerk. Es müssen also fünf Sachen rein. Zugriff auf Lokal, Intranet und Hauptnetzwerke. Verfügung immer neueste Sicherheitsprotokolle. Ähm. Kommunikationstreiber, das ist es, denke ich. Da müssen die beiden... Ach, die Setup-Sachen müssen dabei sein, weil sonst kann es ja nicht richtig gesetzt werden. Oder? Das ist es wahrscheinlich. Ohne die Setup-Sachen geht überhaupt nix. Und da brauchen wir das Protokoll. Firewall. Interface. Das sind fünf Sachen, aber wo nicht das Richtige, hä? Wenn ich das ja wegnehme? Was ist mit Antivirus? Wenn ich das dazu tue? Auch nicht, hä? Ähm, Antillocator? Das vielleicht? Nein. Firestreamer. Noop. Noopity-nope. Admin-Tools. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Meine Fresse. Die Sachen müssen dabei sein. Oder? Weil ohne die Setup-Sachen kann ja gar nicht funktionieren. Zum Aufräumen aufruf sämtlicher Programme. Erforderliches Programm. Erforderlich. Ordnete Sklauf-Konfigurationsdaten zu. Gut. Hardware-Locator. Dann brauche ich wahrscheinlich das. Hardware-Locator, Circuit-Protokoll und Firewall. Oder Antivirus. Da wären aber mehr Sachen. Hm. Alter Verhalter. Hardnet. Aber vielleicht brauche ich das Setup ja gar nicht. Das Info-Setup. Vielleicht brauche ich das gar nicht für den Fall. Aber den Hardware-Locator. Circuit-Protokoll. Antivirus. Fünf Sachen. Das ist aber auch nicht. Doch, das? Ich möchte jetzt gerne nochmal rausholen. Ich möchte erstmal was anderes machen. Nein, darf ich nicht. Ich habe mir wahrscheinlich das Schwierigste ausgesucht. Ja, das ist das Schwierigste. Ein Netzwerk. Mit fünf Teilen. Hm. Und da muss ich jetzt noch zurechtkommen. Netzwerk. Also. Entschuldigung, dass du das jetzt... Ich werde das ein bisschen länger machen. Ich glaube, den damaligen Part habe ich auch länger gemacht. Für die Kommunikation. Muss ich hier wirklich jetzt hier... Das ist wie in der Schule jetzt. Wie gesagt, das liegt daran, dass ich mich mit sowas nicht auskenne. Kommunikationstreiber. Jawohl. Auf Lokale. Intranetz. Netzwerke. Oder Hub. Oder Hub. Oder Hub. Netzwerke. Und Sicherheit. Das ist das, was man hier braucht. Und nun brauche ich fünf Sachen. Fünf Sachen. Die drei ersten Sachen scheinen... Das Circuit Setup ist erforderlich. Ist erforderlich. Dann. Installiert der Kommunikationstreiber. Also das Zockerprotokoll. Definitiv. Ja. Protokoll. Also wirklich für mich ist das das schwierigste Rätsel überhaupt. Dann den Schutz. Wir brauchen den Schutz. Aber installiert das Interface? Ach, Intranet. Moment, Intranet zugehen. Also brauche ich den Netlocator. Aha. Netlocator. Gut. File Streamer für Dateizugriff. Installiert für Hardwarezugriff. Verforderliche Tools. Hm. Da hätte ich schon mal drei Sachen. Drei Sachen denn jetzt noch. Die Schutzsachen mit Antivirus und Firewall. Das musst du eigentlich... Das muss eigentlich sein, oder? Und er denkt sich drin. Meine Fresse, ist das ein Lama-Depp. So. Target-Startup. Shocker-Protokoll. Netlocator. Firewall. Antivirus. Das sind fünf Sachen. Gut. Gut. Der Verstand... Der Ver... Der Verstand ist doch noch zu gebrauen. Die Kommission war erfolgreich. Dankeschön. Gut. Dich legen wir mal an diese Seite. Jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt schauen wir weiter. Gut. Nehme ich erstmal das Boot. Das Boot-System. Wofür ist Boot? Ähm... Grund... Grundlegende Konfigurationen. Konfiguration. Für Dienst... Für Dienst... Und andere hat für Disc-Laufwerk... Disc-Laufwerk... B-b-b-b-b... Und andere Hardware. Okay. Okay. Gut. Also... Das Circuit-Circuit... Definitiv. Das ist ja erforderlich. Dann brauchen wir die Konfigurationssachen. Also Hardware-Locator. Genau. Hardware-Locator. Gut. Dann brauchen wir die Hardware-Zugriff. Das ist das Admin-Tool. Genau. Mein Bruder, wenn er das sehen würde, der wäre stolz auf mich, dass ich da eigentlich was zusammenkriege. Höhöhöhöh. Achso. Keine Karte im Steckplatz. Na gut, danke. Danke für die Information. Nö, 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 nö. Nehmen wir jetzt mal... Die rote. Für'n Buh. 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 Menschiges Lehm ist so banal. Ist das immer so monoton? Ich kann es nicht aushalten. Lasst mich raus! Ganz ehrlich, da bin ich jetzt mit dem Kleinen auf einer Wellenlänge. Da möchte ich auch gerne raus. Ich will das hier nicht machen. Das ist verdammt normal. Bescheiden. Weil es für mich sehr schwer ist. Also. Circuit Setup. Hard Relocator. Admin-Tools. Nein, war es nicht, hä? Vielleicht war es Disk Info Setup? Also nochmal gucken. Oh, da brauche ich wirklich meine schöne Zeit. Also boot ordnet. Ordnet. Grundlegende Konfigurationsdaten. Für Disklaufwerke und andere Hardware zu. Zum Aufräumen sämtlicher Programme. Ist ordentlich. Ach doch, Disk Info Setup. Also. Ähm, brauche ich... Disk Info? Also, das sind aber doch mehr als drei Sachen, die ich bräuchte. Oder vielleicht brauche ich das erste gar nicht. In dem Fall. Also den Hardware Lake für die Hardware Konfiguration, den Hardware Locator. Richtig. Admin-Tools für den Hardware Zugriff. Richtig. Und die Disk Info. Oder? Da steht ja, andere Hardware Zugriff. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Hardware Locator. Admin-Tools. Disk Info. Das Setup noch? Das Setup noch? Wahrscheinlich muss das dann wieder in der richtigen Reihenfolge sein, was? So, jetzt Setup. Disk Info Setup. Disk Info. Hardware Locator. Admin-Tools. Nein. Setup wieder raus. Das hier wieder raus. Aha. Das war's gewesen. Okay, Disk. Also, da waren's. So, jetzt Setup. Hardware Locator. Oh, nicht das Admin. Okay. Gut. Alles klar. Zwei von drei. Alter, Alter. Es wird was, Leute. Das dritte, es wird was. Hm, 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 hm. Gut. Erstmal das dritte. Das Netzwerk. Was brauchen wir da? Schönes. Hm. Ne, Interface ist das. Interface, richtig. Interface, ja. Ähm, beinhaltet alle für Server. Hoffentlich habe ich hier noch Platz. Na, 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 na. Also, ich brauche den. Na, 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 na. Verbindet, mal sehen. Beinhaltet alle für Server und Datei Zugriffe. Erforderliche Programme, einschließlich hochstufigen, direkten Hardwarezugriff. So, Hardware. Server und Daten. Datei. Okay. Und da brauche ich vier Sachen. Vier Sachen. Vier Sachen. Na, 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 na. Gut, also brauche ich erstmal... Mal sehen, was hatte ich denn jetzt verwendet? Den Hardware-Locator hatte ich. Die Disk-Info hatte ich. Ne, ne, ich muss alles. Das, was da ist, muss ich verwenden. Ähm. Na klar, für das Interface. Wo brauche ich das Interface? Den File-Streamer, okay. Ich brauche vier Sachen. File-Streamer, gut. Äh, Hardwarezugriff ist Admin-Tools. Jawohl, das hatte ich noch nicht. Admin-Tools. Na, 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 na. Dann das Interface. Gut. Interface, 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 Interface. Und. Auch das Circuit, oder? Ist ja, brauche ich ja, das brauche ich ja. Das wären dann die eins, zwei, drei, vier, vier Sachen, oder? Das müsste sein, das müsste sein. Also, Circuit. Dann. Hm. P-p-p-p-p. Interface. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Das Interface. Der File-Streamer. Und das. Yes, sorry. Beim ersten Versuch. Also. so. Hey! Na, siehst du das, Clemens? Bitte was? Ich bin Zauberer. Ich laufe und es dreht sich wie ein Wirbelwind. Dann tun wir es gerade noch hier in den nächsten Raum. Hilfen. Und das Einschalten machen wir dann beim nächsten Mal. Das war jetzt wieder gut eine halbe Stunde gewesen. Und was habt ihr jetzt alles genau gesehen? Der Kampf, der kurze Überlebenskampf mit dem Nacktfrosch, also mit dem Eminis, mit dem infizierten Eminis. Der Eminis, der niemals misst, der niemals sein Ziel vermisst, der wird jetzt eher seine Freiheit vermissen, weil er die ganze Zeit dort eingesperrt sein wird. Ich weiß ja nicht, brauchen die sowas wie Nahrung? Brauchen sie sowas wie ein Badezimmer? Brauchen sie irgendwie Unterhaltung? Na, der hat einen großen Schiedelwitz kann dann sich da rumspielen. Gut. Nochmal abgespeichert. Kribbelt schön. Im Lendenbereich. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe dennoch, auch wenn dieser Part, sag ich mal, zu dreiviertel sehr schleichend war, dass es Ihnen dennoch gefallen hat. Wir haben ein bisschen was gelernt über Informatik. Kann man, wie gesagt, denke ich, im Alltag irgendwie umsetzen. Irgendwie wird man schon eine Verwendung finden. Ansonsten, ja, wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Penumbra Schwarze Pest. Bis dahin, hier dran und ich showo. I love to entertain you. Tschüss und goodbye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020